Herzogin Mekans Memoiren, wird dieses Ereignis ihre Steilvorlage? Prinz Harrys, 38, Memoiren sorgen nach wie vor für Aufruhr in den Medien. Die schweren Vorwürfe gegenüber der britischen Königsfamilie zerreißen die Finns. Wie wäre es, wenn Herzogin Mekan, 41, nun auch ein Buch schreiben würde? Dieses Gerücht kursiert seit der Veröffentlichung von Spara und wird immer mehr diskutiert. Wie jetzt von dem Journalisten Joshua Rom. Der Spezialist für Royal-Themen äußert jetzt seine Vermutung, wann Mekan mit ihren Memoiren beginnen könnte. Ein bevorstehendes Royales-Ereignis soll er die Inspiration dafür liefern. Verwendete Quelle, ExpressCook. Der Spezialist für Royal-Theme. Vielen Dank.